Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead zu Michon. In der letzten Folge hat es ja schon richtig gut angefangen. Wir haben diese drei netten Leute kennengelernt. Siddick, Oak, Berto und Pete. Die haben wir jetzt alle kennengelernt. Und oftmals sind wir auf eine Art Riff gestoßen und kommen wir oftmals nicht weg. Und am Funkgerät haben wir ein Mädchen gehört, ein sehr junges Mädchen, das offenbar unsere Hilfe braucht. Warum ist der Reiß überhaupt an Deck? Der müsste unten drunter sein. Moment. Zur Küste sehen. Okay, mit Fernglas verwenden. Ah, müsste ich hier machen, okay. Zur Küste sehen. Fernglas verwenden. Zur Küste sehen. Mehr einen Weg nach der Mitte. Man sieht, wie ein altes Fährem. Man sieht aber, hier im Grunde. Du kennenlernen, massa schädig, etwas stehen. Dann sag mir mal Pete Bescheid. Ah. Ansprechen. Was ist mit deinen Freunden? Ich weiß nicht, wo die Teile finden, die wir brauchen. Lasst uns die Kruppe aufrufen. Michonne und ich werden die Ferry schlafen und sehen, was wir finden können. Okay, wir werden nur sitzen und warten für dich. Du wünschst. Du hast Arbeit zu tun. Du hast nicht meine Frage gestellt. Oh Christ, hier sind wir wieder. Leute. Ihr drei. Du holst das Boot, holst sie aus hier und legst den Anker nahe der Schorline. Ach so. Ah, okay. Ich hoffe, es ist keine Falle. Wer ist denn noch verloren gegangen? Auf geht's. Das riecht doch nach einer Falle. Das riecht nach einer Falle. Oh man hört sich sofort diesen wunderschönen Soundtrack aus der Walking Dead Spielereihe. Das finde ich super. Etwas Vertrautes. manchmal denke ich, dass der alte Holmstück ein bisschen überarbeitet wurde oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist nicht richtig. Ich weiß nicht. Ich bin der Optimist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich wirklich interessiert habe. Und ich muss fragen. Was? Was? Du denkst dich das ist schule? Oh, was? Ich weiß nicht. Oak hat mir einen Schein gemacht. Ich weiß nicht. Sie zeigt sich wie ein Piraten. Was denkst du? Ja. Sei ehrlich. Ähm, es gibt nicht viel, worüber man lachen kann. Ich dachte, du wärst nicht mit jemandem. Ich dachte, du wärst nicht mit jemandem. Ich dachte, du wärst nicht mit jemandem. Ich dachte, du wärst nicht mit dem Moment, du wärst nicht. Ich denke, du wärst nicht, dass du das Ding ist. Und du bist mit ihm. Aber hier bist du. Ist das dein Weg, dass ich mich rauskennen? Nein, nein. Ich bin nur glücklich, ist alles. Jeder braucht jemanden hier. Ich kann es mir vorstellen, dass du es alleine wie du bist. Nicht für das lange, auf jeden Fall. Als wir uns treffen, du warst... Ich meine, ich habe gesehen, was du zu tun hast. Du hast es nicht leicht gemacht. Ich weiß, dass du es meistens für dich selbst hältst. Ich will nicht, dass du darüber reden willst. Nicht, wenn du willst. Es ist nicht alleine, das ist das Problem. Es ist... alles andere. Der Vergangenheit hat eine Art von dir mit dir. Die Nachtmast, du meinst. Ich kann es nicht weitergehen. Nicht nur für einen Moment. Wenn Dinge sind, ich denke, zu viel zu denken. Du weißt, bevor das, ich war einfach auf mein eigenes Leben. Wie du bist. Ich habe mich überzeugt, dass ich es so liebte. Aber nach einem Zeitpunkt, ich... Woaaah. Woaah. 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 Nun kommt denn nichts Wasser zum Bisther. Was Pete? Ah! Ich habe die Hälfte. Ich kann es nicht glauben. Jesus. Danke für mich. Ich? Nein, du hast alles gemacht. Ja, das ist zweit du hast du mein Leben. Ich mag das nicht. Vielleicht gibt es jemanden, die uns zu sagen, wo jeder ging. Es gibt keine Ahnung von jemandem. Es ist nur die Kröse. Es könnte sein, da irgendwo. Ja. Es ist wirklich ruhig. Ja, wenn wir einen anderen Busch finden, sieht es, dass wir hier sind. Sieht hier. Sieht abandondert. Das bedeutet, dass es nicht so ist. Wir werden etwas herausfinden. Ich bin glücklich, dass du so optimistisch fühlst. Es sieht, dass es zwei Schritte gibt. Die Linie oder die Tür. Oh. Was haben wir denn da schönes? Streune ansehen. Die Walkers werden noch lange bleiben. Wir müssen gehen. Wie redet der. Ein Arm, der dir bekannt vorkommt, Michon. Okay. Stützen. Warte mal. Stützen. Hä? Moment. Moment. Ach so. So. Untersuchen. Untersuchen. Aber ich glaube, ich gehe durchs Fenster. Ich hoffe, du bist nicht Angst vor der Nacht. Mach das Licht an. Du hast eine Taschenlampe. Bitte. Hümbel uns die Taschenlampe doch einmal. Nehmen Sie. Der Schmerz ist ein Schmerz. Ich sehe ihn nicht. Aber ich sehe ihn nicht. Warte mal, da war er. Da kriegt es mir gerade. Oh oh. Ah. Nimm das. Da liegt jemand gefesselt. Oh my god. No. Oh no. Don't leave us here. We wanna come with you. You can't come with me, okay? Mommy, when are you coming back? Who would do this to a child? I mean, I know the world's going to hell. It's awful. All of it. With a child? I know. I knew it was bad. But I didn't expect this. It looks like all these shells came from an assault rifle. These people never had a chance. It's... It's horno, isn't it? Zip ties behind the back. Like the police used. Oh my god. It looks like this thing got a lot of use. They made sure that none of them would come back. Schade, dass wir nicht in das Zelt reingucken können. Blut. So viel verdammt Blut. Oh Gott. Jesus, someone strung him up and left him to be eaten. Stand back. Mama. Let him down. Poor bastard. I have never seen anything like this. All those people just massacred. Who the fuck could have done that? It wasn't war. It wasn't even self-defense. No one else did this to them. They did it to each other. I've seen it before. This world changes the best of us. Sometimes for the worst. Not like this. Hold up. We don't know what's in there. We had me too. What? There's a door. See anything else? There's a duffel bag. Looks like it's in good shape. Any sign of people? I don't see anyone. Someone scavenged everything else but left this? Makes no sense. I know, but damn. We could really use this stuff. Plenty of ammunition. A bunch of medicine. Where'd all this stuff come from? Cigarettes. Don't show those to Berto. We finally just got him to quit. Let's go here. Peaches. Oh god. Die aus The Walking Dead 2. War ja auch so. Geil. Sporttasche. All just lying here waiting for us. Can't just leave it. I mean I agree. It's a little odd. Feels like a trap. Okay. Schauen wir uns erstmal genug um. Logan. Someone forced it. Kannst du den öffnen? Anything? Empty. Mit dem? Oh. Ich meinte dir noch mal zu sein. Was? Ich weiß nicht genau, wenn man's nochmal nicht find. So, was hat man jetzt da reingetan? Ich guck mal, was wir noch alles reintun können. So mit der Bandage. Cute. Oak will love these. So, hier war doch noch irgendwas, oder? Uh oh. Uh oh. Okay. Whoever's in there come on out. Shit. Back up! Back up! Greg! What's going on? Easy. Who the hell are you people? Who are you? Look kid, just... Tell me! Now! Careful! I'm Michonne. And that's Pete. We're just passing through. Yeah, sure you are. That bag belongs to us. So step aside, alright? Don't be stupid. I don't wanna do this. But we need that stuff. So just back up. We get it, okay? Take it. It's yours. Oh oh. It's a combination, or what? Uh oh. Uh. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh nein. Nice job. You. Man, you gotta be kidding me. And you've got help this time. Interesting. Thought you were a solo act. We're not with her. What? We didn't have anything to do with this. This is a misunderstanding. Not sure I believe you. Damn. I know Sam here didn't do all this. Get them all onto the boat. And be careful. These new ones aren't fucking around. We'll take them to Norma. They try anything. Shoot them. I... 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 Vielen Dank.